Und dann wollen wir nochmal einen übergeordneten Blick bekommen von unserem US-Korrespondenten Torben Burgers. Torben, schönen guten Morgen in die USA. Ja, wir haben gerade so den Stand von Orlando gehört, das noch weit weg ist vom Zentrum dieses Hurricanes. Wie ist die Lage in Florida insgesamt? Ja, also das Zentrum dieses Sturms, das hat jetzt mittlerweile die Gegend rund um Tampa dort an der Westküste hinter sich gelassen und bewegt sich jetzt auf Orlando zu mit rund 30 Kilometern pro Stunde. Und er ist tatsächlich auch zurückgestuft worden, dieser Sturm erneut von Kategorie 3 jetzt auf Kategorie 2. Das ist allerdings immer noch keine Entwarnung, denn der Wetterdienst, der rechnet weiterhin mit extrem starken Niederschlägen und auch mit potenziell tödlichen Sturzfluten. Und wir haben es im Beitrag gesehen, die ersten Straßen, die sind da auch schon überflutet und die Pegelstände, die steigen da jetzt. Und was erwartet Florida demgemäß in den nächsten Stunden? Was kann da noch passieren? Also Florida rechnet schon noch immer mit dem Schlimmsten. Es könnten bis zu drei Millionen Menschen betroffen sein. Die Zahl der Stromausfälle, die ist mittlerweile auch weiter gestiegen. Es sind jetzt zwei Millionen Haushalte und Unternehmen ohne Strom. Und Experten rechnen damit, dass am Ende Schäden entstehen könnten in Höhe von 100 Milliarden Dollar. Es sind tatsächlich, so wir haben es gerade gehört, tausende Nationalgardisten mobilisiert worden. Die sollen bei Rettungseinsätzen helfen und Hilfsgüter verteilen. Und das Weiße Haus hat auch jetzt schon finanzielle Hilfen bereitgestellt in Höhe von etwa 210 Millionen Dollar. Und finanzielle Hilfe, die kommt auch von prominenter Seite. Taylor Swift hat angekündigt, 5 Millionen Dollar spenden zu wollen. Und nun sind solche Umweltkatastrophen, Naturkatastrophen auch immer Thema bei Wahlkämpfen. In den USA sind wir kurz vor der Präsidentschaftswahl. Welche Rolle spielt dieser Hurricane dabei? So ein Ereignis kann natürlich den Wahlkampf durchaus durcheinanderwirbeln. Denn das Krisenmanagement, das kann ja politische Karrieren befördern oder auch beenden. Und dementsprechend nervös sind auch beide Seiten. Joe Biden betont bei jedem Auftritt, was seine Regierung bereits jetzt schon geleistet hat, um den Menschen in Florida zu helfen. Er hat ja auch seine für heute geplante Reise nach Deutschland abgesagt. Und er hat auch nochmal betont, dass er dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, seine persönliche Handynummer gegeben hat, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, dass er nicht erreichbar sei. Und Donald Trump auf der anderen Seite, der wirft Joe Biden und Kamala Harris Versagen vor. Und er befeuert Verschwörungstheorien. Er sagt zum Beispiel, dem Katastrophenschutz sei Geld entnommen worden, um es illegalen Einwanderern zu geben, damit die bei der Wahl für Kamala Harris stimmen. Dazu gibt es keinerlei Belege. Und Joe Biden hat diese Verschwörungstheorien auch heute Abend nochmal zurückgewiesen und verurteilt. Und er hat gesagt, diese Lügen von Donald Trump, die seien unamerikanisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017